Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Life is Strange. Ich bin Scarlet Anni und ich begrüße euch hier zurück, denn wir sind auf einer wichtigen Mission. Wir müssen unseren USB zurückholen. Unseren USB-Stick. Ich hatte nicht mit solchen Problemen gerechnet. Was hat die denn für einen aufgemalten Mega-Ausschnitt? Ah, super. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich kann sowas immer nicht. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich kann sowas immer nicht. Ups. Ich habe ein riesiges Namensproblem. Da kommt sowas. Okay, reden wir dann mit ihr. So, das hatten wir jetzt schon alles. Jetzt. Hey. Juliette Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Uh, of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Sexted? Das ist merkwürdig. Aber besser als gar nichts. Ähm. Darf man nicht Sex schreiben? Bin mir wahrscheinlich nicht ganz sicher. So, ganz wichtiger Hinweis. Wir müssen in Victorias Raum ein paar Hinweise finden. Oh, man. Ähm. Der vorletzte war's. Hinweise, Hinweise, Hinweise. Das war zufällig hier offen gewesen. Wir gehen einfach mal direkt rein. Sie hat eben andere Probleme. Okay. Ich weiß nicht, ob es sich sinnvoll wäre, sich jetzt alles anzugucken in Ruhe. Ähm. Zeitung vielleicht? Ich glaube, Victoria legte Juliette auf ihrer Sch***-Liste nach diesem Artikel. Ähm. Na gut. Ist der Vortex-Club ein Kult? Von Juliette Watson. Eine von Blackbirds langlebigsten und elflosreichsten sozialen Netzwerken. Der Vortex-Club begann in den frühen 1980ern. Als eine Welle der Rebellion gegen die Yuppie-Gewalt der Riagan-Ära. Was? Oh Gott. Ich kann nicht mal lesen, diese ganz komischen Wörter. Stell dir eine Zeit vor, als Computer-Nerds in den Mülleimern gesteckt wurden und blaues Haar ein Grund für Ausschluss und Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohrringen wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Football-Spieler zwei oder drei außergewöhnliche Piercings. Damit war der Vortex-Club ursprünglich ein Zufluchtsort vor dem Druck der Gleichaltrigen, die jede Generation erlebt. Wie ironisch, dass die revolutionären Wurzeln sozialer Unterschiede, die manche Studenten fordern, ein elitärer Kult ist. Oder ist das nur Neid gegenüber Blackbirds erfolgreichsten Organisationen? Wir haben versucht, das Vortex-Club-Mitglied Victoria Chase zu interviewen. Aber sie hat abgelehnt und sogar versucht, diesen Artikel vor der Veröffentlichung zu stoppen. Tja. Ähm, was haben wir hier noch? Diesen Vermisst-Flyer hat sie. Bin interessiert. Das ist ganz schön hart. So ein Buch. Victoria ist eine wirkliche Jefferson-Grupee. Ja gut, okay. Ich dachte, da kann man jetzt vielleicht noch reinblicken. Auf jeden Fall eine Konzertkarte, oder? Nee. Bean-Hip-Cafe. Bringt diese Werbung heute in der Halter alles? Ein Dollar günstiger. Äh... Sie müssen echt einen Dollar sparen? Ähm, Sticker, Schmuck... Wir sollten auf dem Lektor vielleicht gucken. Wenn wir es finden wollen. Ich gebe Victoria Props für meine Fotos nicht. Und für diesen schönen Bild. Ist das hier eine Art Facebook-Seite? Äh, wow. Nur 857 Freunde. Na, das ist ja gar nichts. 1.126 Abonnenten. Naja, da würde sich wohl jemanden mehr abonnieren scheinen, schreibt sich mit ihr zu befreunden. Hm. Boom. Das ist das E-Mail, ich muss Juliette zeigen. Jetzt muss ich das schnell ausfragen und rauskommen. Äh, es tut mir so leid, dich darüber informieren zu müssen, dass ich Juliette und Dana gerade richtig verarscht habe. Alles, was ich dafür tun musste, war Juliette zu sagen, dass ich den schmutzigen Sex von... Was ist das? Sext? ...von Dana aufs Zacks Handy gesehen habe. Die dumme Q hat mir geklaubt und rechne deshalb dabei mit einem Ammerklauf im Wohnheim. Juliette hat es verdient. Sie hat mir sehr ausgespannt. Wegen Dana. Wer mich interessiert. Hol dein Popcorn raus. Was? Bitch. Steht auch drüber. Bitch, staunen. Äh, ausdrucken. Ja, klar. Äh. Ja. Dann bloß nicht vergessen. Viel mitzunehmen. Oh ja, dass sie nicht mal unseren Stick bekommen. Oh, dieser Foto... Ah, die können wir äh... Fotografieren. Können wir das nicht fotografieren? Durcheinander? Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one there. Hm, a pattern is emerging. Ah, okay, nein. Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Das ist fast kindlich. Ich würde das gerne nur fotografieren wollen. Woah, I had no idea, Victoria's parents owned the chase space. Color me impressed. Wie kann ich das fotografieren? Wie kann ich das fotografieren? Das ist doch eindeutig das, was ich fotografieren kann. Oh, Mann. Also, ich sagte ja schnell raus, vielleicht haben wir aber nochmal mehr Zeit dafür. Aber das ärgert mich. Oh. Wusch. Brauchen wir wieder die richtige Perspektive dafür? Ähm. Ah. Ich guck jetzt kurz nach. Ich bin so ehrgeizig. Eigentlich nicht. Das muss aber das sein. Aber es sieht vielleicht ein bisschen anders aus von den Bildern her. Vielleicht haben andere Leute auch Fotowände. Hm. Na gut. Gut. Na gut. Gut. dich. Tai ist das nicht anders. Endlich. Wir sind so eine gute Vieh. Sieh hier Fotos? Sieh keine Fotos. Ich will sie fotografieren. Ich kann auch mal ein bisschen mit ihr reden. Zachary sollte worry, auch. Als ob ich das Ego-Case-Jockstrap touchte mich. Aber ich bete Viktoria würde all over diese Aktion sein. Oder hat sich. Was ist das? Sieh hier ein bisschen. Sieh hier ein Lohn. Aber Waren, natürlich, mag sich mit dir. Er ist ein guter Typ. Ein Geek wie ich. Sieh die Fälle in der Flash Drive. Tonnen von verrückter Schuss. Films, ich habe nie gehört. Und in eine spezielle Fälle, die Max. Ja, okay. Ich habe dich. Wir können so ein bisschen umsehen. Es wäre ein cooles Sticker, ohne die Worte. Das ist sowas schade und pathetisch. Was ist denn das hier für eine Bude? Sehr positiv. Ich würde mir echt Sorgen machen um meine Finger. Ich spule gleich mal die Zeit zurück. Das war ja klar, dass es wieder. Und er liegt noch da. Ja, es ist nichts passiert. Was war das denn, bitteschön? Und ich habe die Appointment. Was? Schwangerschaft, Schnitt, Bindung. Was? Ist sie etwas schwanger? Nein! Ähm. Schilder Outfit. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal. Worüber Bindung? Sie muss wohl echt schwanger sein. Oder ihre Schwester schwanger. Okay, gut. Ähm. Wir haben den Stick. Oh man, ich gehe mal ganz kurz zurück. Das stört mich grad total. Nein! Die Tür ist so! Warum haben wir die Tür zu gemacht? Die müsste doch offen bleiben. Ah, was ist das hier noch? Out! Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Liebe Miss Chase, danke für Ihre Einsendung an die Croft Galerie. Bedauerlicherweise passt Ihre Arbeit nicht zu unserem Leitbild. Wir schätzen Ihren Einsatz und wünschen Ihnen Erfolg bei zukünftigen Beschreibungen. Pfff. Tja, war doch nicht so schön gewesen, die Bilder. Ah, ich will das mal noch fotografieren. Vielleicht bringen wir sie erst durch noch ein Photoshop. Okay, das können wir jetzt wiederum fotografieren? Das verstehe ich nicht. Können wir das trotzdem... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Na gut, kann ja jeder gewesen sein, oder? Und dann stand sie vor uns. Na gut, dann war es scheinbar doch das, was ich erwartet hatte. Wir müssen es echt umstellen. Das ist schon ein bisschen krass. Oh nein. Das macht mir nichts aus, für immer hier zu warten. Ich liebe diesen Parkplatz. Ich kann die ganzen Autos zählen. Ja, mehr ich schreibe, desto länger dauert es. Bin gleich da. Hi. Wirklich. Gieß mal jetzt gleich hier um die Ecke und dann zack. Und dann bin ich da. Oh, der Ball, der Ball, der Ball. Ich kann jetzt endlich mal fotografieren, oder? Ich muss jetzt noch ein Foto machen. Nicht? Uh, was war das denn gerade? Das war ja einfach zreich. Was? Soll ich jetzt warnen, dass sie aufpassen soll? Soll ich jetzt warnen, dass sie aufpassen soll? Oh, was? Oh, krass. Übrigens, wir sind keine Freunde. Wer hätte das auch erwartet? Oh nein. Nur der Eintrag. Ich muss lesen. Ähm. Ich vergesse mal wieder, wo wir sind. Das hatten wir auf jeden Fall. Das, ähm. Okay. Noch mehr Highschool-Drama. Juliet wollte Dana nicht aus ihrem Zimmer lassen, weil sie dachte, Zachary würde mit Dana sexen. Was auch? Oh Gott, nein. Was ist das für ein Wort? So dumm. Ich war bereits so erschöpft, aber da Dana Warrens USB-Stick hatte, musste ich etwas unternehmen. Juliet hat mir gesagt, dass Victoria diejenige war, die ihr die Neuigkeiten über Zach und Dana erzählt hat. Da wusste ich, dass Victoria nur mit ihnen spielt. Ich schlich mich in ihr Zimmer und fand auf ihrem Laptop Beweise, dass sie lügt, nur um ein Drama auszulösen. Ich fühlte mich wie ein Wiese, als ich so durch Victorias Zimmer und Laptop geschnüffelt habe. WTF. Nachdem ich Juliet den Beweis gegeben hatte, dass Victoria hinter all dem steckte, habe ich Warrens USB-Stick von Dana geholt. Sie hatte merkwürdige Laune. Darum habe ich etwas gesucht, was erklären würde, woher sie kommt. Ich fand einen Schwangerschaftstest zusammen mit einer Notiz von Logan und einem Arzttermin. Dana bestand, dass sie schwanger war und da merkte ich, dass alle meine Freunde Probleme haben. Sie war genauso ernst wie meine. Sie hatte uns das gar nicht gestanden. Wir haben gar nicht nochmal mit ihnen darüber gesprochen, aber... Okay. Ähm. Wo ist der Ball jetzt eigentlich hingeknallt? Der müsste doch jetzt direkt... da. Das können wir fotografieren. Yay! Oh Gott. Ähm. Und wo ist der Ball gelandet? Der müsste doch abgeprallt sein. Oh Mann. Jetzt muss ich hier auch noch suchen. Ach komm schon, so kurz kann er doch nicht geflogen sein. Ich kann mit ihm reden. Sprinkler? Kletter? Ähm. Mano. Ähm. Achso, nein. Das sind immer Sachen, die miteinander zu tun haben. Oh. Ist ja richtig kompliziert. Das gefällt mir nicht. Haha. Also mit einem Auto, ein Skateboard, Parkbahn mit einem Sonnenuntergang und ein Vogel. Oh Mann. Das wird haarig. Das wird richtig haarig. Okay. Ich glaube ein bisschen laufen wir noch um die Ecken. Ich glaube ein bisschen laufen wir noch um die Ecken. Ich glaube das könnte ihr später helfen. Oh ja. Und wir greifen diesmal ein. Oh ja. 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 Ah. Ich denke das schon... Okay so. Gegen Erwachsene kann man sich durchsetzen. Mhm, bestimmt. Ja, ganz sicher. Und da war es ja schon so sehnsüchtig. Und wir lassen ihn noch weiter in Wandelskuhar. Und zwar sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, äh, muss ja wohl noch ein bisschen warten. Ich sehe hier schon die nächste Verzweifelte. Äh, da ein komisches Pyramidenauge. Es wird auf jeden Fall noch viel zu machen geben. Oh, da kann man es ja gar nicht fotografieren. Oh, ich sehe es jetzt sofort. Okay, ich muss auch mal mitspielen. Ich überziehe mal die Folgen so manchmal. Na gut. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut.